Li Weifeng ist ein chinesischer Fußballspieler und seit dem 11. Oktober 2011 Rekordnationalspieler seines Landes. Leben Li begann 1998 seine Karriere bei Shenzhen Shenzhen King Yin. 2002 versuchte der Innenverteidiger sich kurzzeitig in Europa, als er vom FC Inwarten im Rahmen eines Sponsorvertrages mit der chinesischen Firma Kai Can verpflichtet wurde. Hier konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und kam nur auf einen Einsatz in der FA Premier League. 2003 kehrte er daher zurück nach China und ging wieder zu Shenzhen Shenzhen King Yin. 2006 wechselte er zum Liga-Konkurrenten Shanghai Shenhua, lieber chinesischer Nationalspieler. Er nahm an der Weltmeisterschaft 2002 teil. Im September 2006 flog der Mannschaftskapitän aus der Mannschaft. Da er einen Mitspieler geschlagen hatte und dafür seine sechste rote Karte innerhalb von 14 Monaten gesehen hatte. Er bestritt 93 Länderspiele, in denen ihm elf Tore gelangen. Beim bisher einzigen Aufeinandertreffen mit der deutschen Nationalelf am 12. Oktober 2005 verschuldete er den Elfmeter zum 1 zu 0 in Stand für die deutsche Auswahl. Bei der Heimolympiade 2008 war Li Weifeng in Chinas Kader dabei. Am 11. Oktober 2011 bestritt er beim WM-Qualifikationsspiel gegen den Irak sein 109 Länderspiel und stellte damit den Rekord von H.O. Haidong ein, dessen offizielle Länderspiele von der FIFA am 10. Juni 2011 von 115 auf 109 reduziert wurden. Siehe auch. Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen.